Kapitel 38 August 2002 Alle schauten nach drüben zu Hermine. Die Mission war nicht komplett umsonst. Ich denke, ich habe einen Weg gefunden, die Horcruxe zu zerstören, mal angenommen, wir finden sie. Ich habe studiert, wie Kobold geschmiedete Waffen alles in sich aufnehmen, was sie mächtiger macht. Ich war mir nicht sicher, wie genau die Aufnahme funktioniert, ob man einen Extraspruch dafür braucht oder nicht. Aber als ich Chini geheilt habe, ist mir aufgefallen, dass die Stellen, wo die Narkosen sich noch immer ausbreiteten, schwache Körpern im Knochen aufwiesen. Es hat mich auf die Idee gebracht, also bin ich danach los und habe das Messer gesucht, das benutzt wurde, um den Fluch zu entfernen. Sie hob das Messer vorsichtig auf. Dieses Gobling-geschmiedete Messer trägt jetzt den Narkose-Fluch in den Klingen. Ich habe es in der Küche ausprobiert und kann es demonstrieren, wenn es irgendjemand sehen will. Als der Fluch aus Chini herausgeschnitten wurde, muss die Klinge die Narkose irgendwie berührt haben und die Magie aufgenommen haben. Als es also die Knochen von Chinis Schädel berührt hat, hat es die Narkose an die neue Stelle übertragen. Ron wurde blasser und es sah so aus, als ob es ihm übel wurde. Hermine warf ihm einen entschuldigenden Blick zu. Chini wird sicher wieder gesund werden und keiner hätte wissen können, dass das passiert. Ein Gobling-geschmiedetes Messer war die logische Wahl, da es gewissenhafter schneidet als ein nicht magisches Messer, sagte sie mit Nachdruck zu ihm. Aber es hat mich auf eine Idee gebracht, fuhr sie fort, wie wir es vielleicht schaffen können, die Horkrukte zu zerstören. Wir wissen, dass sie gefährlich sind und schwer zu zerstören, da sogar Dumbledore tödlich verflucht worden ist, als er versucht hat, einen zu zerstören. Harry hat das Tagebuch um deinen Basiliskenzahn zerstört, aber wir kommen nicht an diese ran, außer wir brechen nach Hogwarts ein und gehen nach unten in die Kammer des Schreckens. Aber wir haben das Schwert von Gryffindor und ich denke, dass es vermutlich dazu in der Lage sein wird, Horkrukte zu zerstören, wenn wir es benutzen. Alle im Zimmer sahen sich ausdruckslos an. Es ist Kobold geschmiedet, stellte sie klar. Und Harry hat es benutzt, um Basilisken zu töten, also bedeutet das, dass es mit Basilisken Gift durchzogen sein sollte. Sie schaute sich um und versuchte, die Reaktion abzuschätzen. Moody und Kingsley sahen beide nachdenklich aus, Ron war immer noch blass. Es könnte wahr sein, sagte Remus langsam und rieb sich Gedanken verloren sein Kinn. Was du über Kobolds geschmiedetes Material sagst, ist definitiv wahr. Wissen wir, wo das Schwert von Gryffindor ist? Fragte Bill. Ich glaube, Minerva hat es, sagte Neville. Ich glaube, ich habe es gesehen, als ich ihr mit dem Garten in Kateness geholfen habe. Wir warten Severus wegen dem Gift tragen, sagte Moody. Wenn irgendjemand etwas darüber weiß, dann er. Harry und Charlies Gesicht verzogen sich ersichtlich bei der Erwähnung von Severus' Namen. Ich kann mich mit ihm treffen, fuhr Termina an. Ich muss sowieso ein paar Details, die Flüche und Tränke betreffen, mit ihm besprechen. Also gut, berichte mir danach darüber. Wir werden uns bis nächste Woche nicht mehr treffen, sagte Moody mit einem Nicken. Wir sollten etwas mit diesem Messer tun, sagte Remus. Es ist nicht sicher. Jemand benutzt es vielleicht einfach. Hermina schob es in die Mitte des Tisches. Es hat ein paar Schutztabber auf sich, aber ich bin mir nicht sicher, wie gut sie halten werden. Ich werde mich darum kümmern, sagte Moody und rief es zu sich herüber. Ich werde Wort zu Severus schicken lassen. Moody drehte sich um und stampfte davon. Als Hermina nach einem späten Abendessen in die Krankenabteilung zurückkehrte, saß Harry wieder neben Genies Bett. Die Lichter, die um Genies Körper tanzten, sahen normal aus. Beruhigende Verfärbungen. Aber Hermina pausierte und zauberte eine Diagnostik, um sicherzustellen, dass noch alles in Ordnung war. Du hättest das nicht tun sollen, sagte Harry, als sie mitten beim Zaubern war. Was meinst du? fragte sie, pausierte bei der Hälfte des Spruches und schaute ihn an. Ihr Atem stockte leicht und der Griff um ihren Zauberstab verstärkte sich. Genies Verletzung so zu benutzen? Harrys Stimme klang hart und angespannt. Es so klingen zu lassen, als ob es irgendetwas Gutes war, dass sie verletzt worden ist. Hermina seufzte und kämpfte gegen das Verlangen, ihre Augen zu verdrehen. Ich habe es nicht so gemeint, sagte sie. Du weißt, dass ich es hasse, wenn irgendjemand verletzt wird. Du hättest warten sollen. Du hättest es beim nächsten Treffen erwähnen können, wenn Ron sich nicht mehr so schlecht gefühlt hätte. Hast du ihn überhaupt beruhigt, weil du dich um ihn gesorgt hast, oder hast du es nur getan, weil du wissen wolltest, wo das Messer war? Hermina ließ ihre Hände nach unten fallen und ihre Augen verengten sich durch Harrys hofansichtliche Anschuldigungen. Ich wollte sicherstellen, dass er sich nicht selbst damit geschnitten hat. Ich wollte sicherstellen, dass es niemand anderes finden würde und verletzt werden würde, sagte sie mit ruhiger Stimme. Harry seufzte und schaute verärgert zu ihr nach Trüben. Aber das war es, worüber du nachgedacht hast. Als Ginny verletzt war und du sie geheilt hast, was du gedacht hast war, oh schau, Einkerbungen in ihrem Schädel. Ich frage mich, ob diese Informationen nützlich sein werden, um die Horkruxe zu zerstören. Deine Mitbewohnerin ist dort gelegen, als du sie behandelt hast und das war es, worüber du nachgedacht hast. Eine deiner besten Freunde hat in deinen Armen geweint, weil er das Gesicht seiner kleinen Schwester zerschneiden musste und alles, worüber du nachgedacht hast, war das verfickte Messer. Hermine ballte ihre rechte Hand zu einer Faust, so fest, bis sie die Formen ihres Mittelhandknochens unter ihren Fingerspitzen spürte und wie sich ihre Nägel in ihre Handflächen bohrten. Ich kann über mehrere Dinge gleichzeitig nachdenken, Harry. Ihr Ton war eiskalt. Oder wäre es dir lieber, wenn die Mission komplett umsonst gewesen wäre? Dass Ginny verletzt worden wäre und dass es nicht mal etwas zu bedeuten hätte? Behandle es nicht wie das, Hermine. Behandle Leute nicht so, als ob sie nichts außer ein Werkzeug zum Herstellen des Gleichgewichts sind. Harry stand abrupt auf und schlattet sie wütend an. Hermine zuckte leicht zusammen. Sie konnte den emotionalen Standpunkt, den Harry vertrat, nicht verstehen. Es war ermüdend herauszufinden, woher das alles kam. Es fraß sich in ihre Gedankenressourcen, die sie ihm nicht geben konnte. Entweder es passiert alles aus einem bestimmten Grund oder es tut es nicht, sagte sie mit kalter Stimme. Du kannst nicht beides haben. Wenn das hier alles bedeutungsvoll sein sollte, dann kannst du dich nicht angegriffen fühlen, wenn ich es darlege und kannst mich nicht beschuldigen, gefühlslos zu sein. Harry wurde noch blasser und vor sich frustriert mit der Hand durch seine Haare. Er starrte sie mit funkenden Augen für einen Moment an, bevor er sich abwandte und von der Lippen leicht verzog. Die Art, wie du Leute behandelst. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich überhaupt nicht mehr, sagte er. Vielleicht tust du das auch nicht, sagte sie knapp. Sie starrte nach unten auf ihrem Zauberstab und vollendete die Diagnostik über Ginny. Du hättest warten sollen. Du hättest heute Abend nicht über das Messer reden sollen. Es ist ja nicht so, als ob wir einen Horcrux haben. Du hättest warten können, sagte er noch einmal, so als ob es als abschließender Fazit ihrer Unterhaltung war. Hermine spitze leicht ihre Lippen und atmete tief ein, bevor sie antwortete. Der Krieg wird nicht auf uns warten, nur weil wir trauen wollen. Es tut mir leid, wenn du meinen Entscheidungen nicht zustimmst. Ich habe nicht gewollt, dass dadurch irgendjemand verletzt wird. Harry wandte sich von ihr ab. Hermine ging ins nächste Zimmer und lehnte sich gegen die Wand und fühlte sich irgendwie erfroren. Ihre Hände zitterten leicht. Ihr Magen fühlte sich so an, als ob er gewaltsam verdreht worden war. Sie bereute es, dass sie überhaupt etwas gegessen hatte. Sie atmete ein paar Mal tief durch die Nase ein und wieder aus und presste ihre Handflächen fester gegen die Wand, als sie versuchte, sich wieder zu fassen. Sie schüttelte ihren Kopf und versuchte sich selbst nicht zu sehr an dem aufzuhängen, was Harry gesagt hatte. Nach einer weiteren Minute richtete sie sich wieder auf und blickte nach unten auf ihre Uhr, um die Uhrzeit zu erfahren. Genies Knochen brauchten noch immer Stunden, um nachzuwachsen. Hermine zerbrach sich den Kopf über die Behandlung. Sie hätte Padma zuschauen lassen sollen. Nachdem Malfoy sie verlangt hatte, hatten Moody und Kingsley entschieden, eine der Feldheilerinnen abzuziehen und sie auszubilden, um mit dem Krankenhaus schichten zu helfen. Padma war die beste Feldheilerin, die sie hatten und sie hatte ein gutes Händchen für Zaubertränke. Sie war ausgewählt worden, um von beiden, Hermine und Poppy, ausgebildet zu werden. Als Kingsley Hermine informiert hatte, dass Padma der Krankenabteilung zugewiesen worden war, hatte er es als Unterstützung für Hermine dastehen lassen, weil sie zu viel Arbeit hätte. Aber Hermine hatte schon seit Jahren zu viel Arbeit. Sie wusste, warum sie ihr Padma zugeteilt hatten. Sie brauchten die zusätzliche Heilerin, da Hermine in ihrer Funktion als Heilerin zweitrangig gegenüber ihrem Status als Malfoys Besitz geworden war. Padma war ihr Ersatz. Jetzt, mit all den Gefangenen, die der Orden kürzlich befreit hatte, konnten sie es sich leisten, ein paar mehr Kämpfer aufs Heilen zu spezialisieren. Poppy hatte die Verantwortung dafür, 50 neue Feldheiler auszubilden. Padma übernahm langsam Hermines zugewiesene Krankenhausschichten und all die grundlegenden Zaubertränke mit dem Ziel, dass Hermine nur noch auf Abruf für Notfälle zur Verfügung stand und kompliziertere Zaubertränke braute, um sie freizustellen für Forschungsarbeiten und ihre Arbeit mit Malfoy. Als Hermine Moody über Malfoys Absicht, sie zu unterrichten, informiert hatte, hatte Moody sie daran erinnert, alles zu tun, was Draco verlangte. Hermine war leicht übel geworden, als sie zugestimmt hatte. Es war nicht so, als ob sie dem nicht zustimmte. Es war nur etwas schwer manchmal. Tief in ihrem Innern wollte sie, dass Moody sich noch immer hin- und hergerissen fühlte, dass er Reue zeigte darüber, wo er sie hineinlenkte. Sie wollte, dass es irgendjemandem etwas ausmachte, dass irgendjemand für sie widersprach, so dass sie sich nicht ganz wie eine Hure fühlte, so wie sie es jetzt tat. Es war nicht wirklich rational. Strategisch wusste sie, dass Moody recht hatte. Selbst wenn er sie nicht dazu beordnen würde, alles zu tun, was Draco verlangte, hatte sie trotzdem vor, es zu tun. Das war der Deal gewesen. Aber manchmal wünschte sie sich dennoch, dass jemand versuchen würde, Nein für sie zu sagen. Sodass Hermine sich versichern konnte, dass das kranke, krallende Gefühl in ihrem Innern vernünftig war, dass es tatsächlich so schlimm war, wie es sich anfühlte, im Austausch für Informationen an einem Todesser verkauft zu werden. Weil, während Malfoy Hermine generell nicht missbrauchte oder sie dazu zwang, Sex mit ihr zu haben, wenn er dies tun würde, würde ihr Moody dennoch die gleichen Anweisungen geben. Immerhin hatte er sowieso alle erwartet, dass er sie vergewaltigen würde, als sie zu ihm geschickt wurde. Irgendwie war Hermine nicht darauf vorbereitet gewesen, wie niederschmetternd, einsam es sein kann, das alles alleine zu verarbeiten. Wie ihre Einzelmissionen sie langsam von innen heraus auffressen würde. Wie eine Lawine in ihrer Brust. Natürlich könnte sie zu Minerva gehen. Minerva würde sich sorgen. Sie hatte für Hermine widersprochen, aber es wäre selbstsichtig, von Hermine sich für ihr Trost zuzuwenden. Als würde es für ihre ehemalige Schulleitung nun auch schlimmer machen. Hermine würde nicht aufhören. Sie war nicht davon abzubringen. Selbst wenn sie durch ein Wunder Moody und Kingsley auf einmal nicht mehr wollen würden. Sie wollte sich einfach nur nicht mehr alleine fühlen. Sie wollte, dass ihr jemand sagte, dass das, was sie tat, von Bedeutung war. Dass es in Ordnung war, dass es ihr wehtat. Es war albern, emotional, sich zu wünschen, dass Leute wegen ihr emotional gefoltert wurden. Sie versuchte, es niederzudrücken. Aber es kam immer wieder in ihr hoch. Sie war schon immer zu verzweifelt nach verbalen Gefühlsbekundungen gewesen, dass jemand ihr sagte, dass sie schlau war, der ihr durch Noten und Wertschätzung versicherte, wie viel sie wert war. Sie biss sich auf die Lippe. Niemand würde sie jemals dafür loben, was sie tat. Wenn die meisten Leute des Widerstandes herausfinden würden, was sie tat, würden sie ihr wahrscheinlich vorwerfen, die Kriegsbemühungen korrupiert zu haben. Der Krieg zwischen Gut und Böse wurde dadurch gewonnen, indem sich das Gute weigerte, nachzugeben, indem es keine dunkle Magie benutzte, indem es nicht seiner Heilerin an einen Todesser für Information verkaufte. Moody und Kingsley erlaubten, den Grundsätzen des Widerstandes gegen dunkle Künste weiter zu existieren, zusammen mit den Wünschen der Weasleys und von Harry. Das öffentliche Gesicht des Widerstandes war immer noch die Güte und das Licht. Hermine fragte sich, wie viele Dinge Moody und Kingsley tatsächlich taten, ohne dass der größte Teil des Ordens davon wusste. Dinge, in denen auch Hermine eine Komplizin geworden war. Wie zum Beispiel Kingsley, der Greifer und Todesser abfing, zu denen Hermine ab und zu gerufen wurde, um sie zu heilen, bevor sie verhört wurden. Wie Bill und Fleur die Gefangenen des Ordens in Schach hielten. Wie Gefangene manchmal verhört wurden. Wo manche Vorräte herkamen. Es gab so viele logische Details, über die sich der Rest des Ordens nie Gedanken zu machen schien. Genauso, wie sie nie fragten, woher die ganzen neuen Informationen kamen. Wie nach so vielen Monaten und Jahren der nachlassenden Einsichten, die plötzlich so viele bessere Informationen hielten, die Todessergefängnisse, anstehende Angriffe in Muggelbritannien und Raubzüge gegen den Orden betrafen. Woher sie wussten, dass sie Kateness evakuieren mussten oder wohin Voldemort verreist war. Alle schienen in Bedacht darauf, solche Details zu ignorieren. Das Einzige, was sie nicht ignorieren konnte, war Severus als Spion zu haben. Sogar nach fünf Jahren hassten sie es noch immer. Die Diskussion tauchte immer wieder auf. Es wurde von Charlie, Ron und Harry angesprochen, dass Severus aus dem Orden geschmissen werden sollte. Hermina seufzte und ging, um Patma zu finden. Selbst wenn sie schlafen konnte, würde es eine lange Nacht sein. Spät am nächsten Morgen platzierte sie die letzten Beschwörungen auf den Heilungszaubern, die sie benutzt hatte, um Chinis Gesicht zu reparieren, und verabreichte ihr einen Mega-Power-Trank. Der Raum der Krankenabteilung war im Moment leer. Hermina hatte alle rausgeschmissen, trotz der wütenden Widersprüche von Ron und Harry. Chinis Körper war für einen Moment still und regte sich dann leicht. Sie öffnete langsam ein Auge und schaute sich benebelt um. Stöhnte Ginny und drehte sich um, um ihr Gesicht im Kissen zu vergraben. Nach einem weiteren Moment hob sie ihren Kopf wieder an und sah sich um. Ihre Hand schoss sofort nach oben und berührte ihren kahlen Kopf und bewegte sie dann zu ihrem Gesicht. Sie berührte die große Narbe, die sich nun dort befand. Was ist passiert? fragte Ginny. Ihre Stimme klang trocken. Hermina reichte ihr ein Glas Wasser. Lucius hat dich mit einem Nekrosefluch auf die Wange getroffen, sagte Hermina so rücksichtsvoll, wie sie konnte. Ron hat dich gerettet, indem er die Nekrose weggeschnitten hat, bevor sie dein Gehirn erreichen konnte. Ginys Finger fuhren die gesamte Narbe nach. Sie fing in der Nähe ihres Haarensatzes an. Der höchste Punkt des Schnittes startete in der Mitte ihrer Stirn und zog sich bis nach unten zu ihrem Kinn. Es sah groß und grausam aus und vereinzelte Stellen in ihrem Gesicht spannten und falteten sich leicht. Ginny setzte sich langsam auf und legte ihre Hände in ihren Schoß. Sie starrte auf sie herunter, als sie sie zu Fäusten ballte und dann wieder öffnete. Sie war für eine Minute still. Kann ich einen Spiegel haben? fragte Ginny schlussendlich. Hermina hatte bereits einen Spiegel für Ginny bereitgelegt, aber sie zögerte kurz, bevor sie ihn erreichte. Die Narbe wird verblassen. In ein paar Monaten mit Behandlungen wird sie zu einer silbrigen Farbe verblassen. Ginny's oberer Lippe zitterte leicht und sie presste ihre Lippen zu einer harten Linie zusammen. Sie streckte ihre Hand nach dem Spiegel aus. Willst du, dass ich gehe, während du schaust, oder soll ich hier bei dir bleiben? fragte Hermina. Ginny zögerte. Bleib, sagte sie schlussendlich. Hermina reichte ihr den Spiegel und sagte nichts, während Ginny tief einatmete und ihn dann so drehte, dass sie ihr Gesicht für gut achten konnte. Es herrschte eine lange Stille. Ginny starrte. Sie wurde blasser und drehte langsam ihren Kopf, um alles genau sehen zu können. Ihre Finger hoben sich langsam an und fuhren darüber, so als ob sie es nicht glauben konnte, dass es ihr Gesicht war, das sie im Spiegel sah. Nach ein paar weiteren Sekunden presste sie ihre Lippen zusammen und zuckte mit ihrem Kopf, als sich ihre Augen mit Tränen fühlten. Sie schaute sich noch einen Moment länger an, fuhr mit den Fingern über die Narbe, bevor sie den Spiegel von sich wegschob. Ginny atmete tief durch ihre Nase ein, so als ob sie versuchte, nicht zu weinen. Ihre Lippen zuckten leicht und sie machte damit weiter, sie fest zusammenzupressen, als sie auf dem Bett vor- und zurückwippte. Ginny machte damit weiter, tief Luft durch die Nase zu holen, ihr Kopf zuckte jedes Mal nach oben. Schlussendlich fielen ihre Schultern in sich zusammen. Oh, Merlin, ich bin so oberflächlich, sagten sie mit einem leichten Schluchzer. Ich bin am Leben, aber ich weine, weil ich eine Narbe habe. Hermine spürte, wie ihr eigenes Kinn zitterte, als sie ihre Hand auf Ginny's Schulter legte. Narben sind schwierig, sagte Hermine und ihre Stimme veräppte, als sich ihre Kehle immer mehr zusammenzog. Alles, was verändert, wie wir uns selbst sehen, ist schwierig. Du darfst traurig darüber sein. Es ist dir erlaubt, um dich selbst zu trauern. Du musst nicht so tun, als ob es okay ist. Ich weiß, sagte Ginny mit schwerer Stimme. Ich will es einfach nur. Aber ich will damit okay sein. Ich will mich nicht darum sorgen oder es als etwas ansehen, das mich verändert. Aber ich fühle mich so, als ob ein Teil von mir gestorben ist. Als ob ich irgendwie ruiniert worden bin. Und das fühlt sich so oberflächlich und selbstsüchtig an. George hat sein ganzes Bein verloren und ich weine, weil ich einen Schnitt auf meinem Gesicht habe. Tränen strömten aus Ginny's Augen und sie wischte sie mit ihrem Handrücken wieder weg. Hermine wartete für einige Minuten und als Ginny's Atmung und ihr Zitten endlich anfingen, etwas weniger zu warten, streckte sie ihre Hand aus und umschloss ihre. Harry und Ron warten draußen, sagte Hermine. Aber du kannst dir noch so lange Zeit nehmen, wie du willst, bevor du irgendjemanden siehst. Sie zuckte leicht. Haben sie, haben, schottete Ginny und setzte sich unbehaglich im Bett um. Hat Harry die Narbe schon gesehen? Hermine nickte. Harry ist die ganze Zeit bei dir gewesen. Ich musste ihn zwingen zu gehen. Ich dachte, dass du eventuell etwas Zeit bräuchtest. Ginny nickte. Vielleicht noch fünf Minuten, sagte Ginny nach einem kurzen Moment. Hermine setzte sich auf die Kante von Ginny's Bett. Du bist immer noch eines der schönsten Mädchen, die ich kenne, teilte Hermine ihr mit. Ginny schnaubte. Ach, sei still. Das würdest du sogar noch sagen, wenn Ron meine Nase weggeschnitten hätte. Hermine verdrehte ihre Augen. Das würde ich nicht. Die Rötung wird verblassen, wenn du sie mich regelmäßig behandeln lässt und du ein paar Tränke verwendest. Sie wird elastischer werden, sodass du sie nicht mehr spürst. Und sie wird um einiges verblassen. Aber wenn du willst, kann ich dir dabei helfen, sich zu verschöndern? Es passt schon. Ich wollte schon immer knallhart aussehen, als ich klein war. Kannst du dir vorstellen, wie gruselig ich jetzt auf dem Schlachtfeld aussehen werde? Ohne Haare und mit diesem verrückten Ding auf meinem Gesicht, witzelte Ginny schwach. Das erstarrte Krankenhauslächeln zog sich für einen Moment über ihr Gesicht. Dann verschwand der erzwungene Humor wieder von ihrem Ausdruck und sie sah fast kindlich aus. Ich vermisse Mom, sagte Ginny leise. Selbst wenn ihre Kinder verletzt waren, konnte Molly kaum kommen, um sie zu sehen. Hermine umarmte Ginny und sie schniefte in ihrer Schulter. Willst du heute dorthin gehen? sagte Ginny. Nein, sie wird sich nur noch schrecklich erfühlen, sagte Ginny und schüttelte ihren Kopf. Ich werde sie besuchen, wenn die Narbe ein bisschen verblasst ist. Hast du einen Haarnachwuchstrank? Es tut mir leid, nicht auf Vorrat. Ich habe Padma aber schon damit beauftragt, einen neuen zu brauen. Er sollte in einer Stunde fertig sein. Nun, das ist eine Erleichterung. Immerhin muss ich nicht für immer glatzköpfig und hässlich bleiben. Hermine schüttelte ihren Kopf und ermahnte Ginny noch einmal. Ginny neigte immer dazu, super schlechte Witze über sich selbst herauszukramen, wenn sie im Krankenhaus war. Als Hermine ging, wurde Ginny's komplette Aufmerksamkeit von Harry und ihren Brüdern angenommen, unter der strengen Beobachtung von Poppy und Padma. Untertitelung des ZDF für funk,